Herzlich Willkommen Nach Korea, bitte Südkorea Vielleicht müssen Deutschland lächeln Solo, du oder Quote? Ja, du, Alter Wie den Westen 2 gegen 2 immer Zeit, dass sie die Endeklan kennenlernen Ist es 2 gegen 2, ja? Ich kenn das Spiel nicht, Mann Kenn das doch auch nicht, Mann Ey, das Pferd dahinter, warum ist das so Regenbogenfarben? Das ist bei dir auch? Das Pferd im Hintergrund? Das sieht irgendwie nicht richtig aus Weißt du was ich mein? Was ist das Pferd? Ne, keine Ahnung, bei mir ist es auch so, ja? Was gibt's denn im Shop? Wo kann ich denn hier meine Chests kaufen? Enthält folgendes Alpha-Paket Ok, wieviel games muss ich dafür ausgeben? Achso, ich muss 15€ dafür bezahlen Ja, okay, gut Gerne, da krieg ich auch dieses Pferd Und Und ich kriege 3 Hühnchen, bei denen Alpha steht Und ich kriege eine T-Pose Du Junge Ein bisschen Ginyu-Pose Match gefunden Oh shit, boy Es ist doch jetzt nichts an dir Alter Ich betrachte mich schonmal als tot Ey, ich kann da gar nichts mehr schief gehen, Mann Aber das Symbol oben sieht schon voll pahlerdienstmäßig aus mit diesem Was? Alter, ist auf, ist auf Ist bei dir schon was? Was? Ach, jetzt bei mir auch Öh, ich nehm natürlich den... Ja, ich kann nicht aussehen, was du spielst Ich nehm den Krieger Wie hat er, da sind welche? Kann ich ihn töten? Nehm den Krieg Wo bist du? Hier ist Cloxy Hier sind... Mr. Mo! Hast du echt Krieger? Mr. Ja, ich hab den Krieger Wieso auch Krieger? Nämlich Jäger, Alter Ich wollte Krieger, aber... Jäger jetzt Ja, ich denk mir so, dann halte ich vielleicht mehr aus Alter Warum war ich erst auf dem Boden und bin dann instant in einem Luftschiff? Automatisch Absprung Okay In Space Kann ich steuern, wo ich hin will? Bist du schön gesprungen? Ich spring jetzt Warum? Ich spring jetzt Ich weiß noch nicht wohin Ich spring jetzt auf Ich spring jetzt auf Ich spring raufs Feld Da ist so'n Feld Das ist bestimmt voll die gute Idee Alter Ich hab alle absprungen Hier ist Feld, Junge Da ist so'n Feld mit so Kürbissen und so Unten So'n Bauernhof oder sowas Wir nehmen uns direkt, Alter Gibt das Fallschirm oder sterbe ich jetzt? Okay, okay Kein Fallschirm Hier ist so'n Kürbis Ich hängel im Berg fest Oh mein F F ist ein Sprung F ist ein Sprung Alter wer schießt da auf mich? Mann ich bin Nahkämpfer Wie behindert ist das? Ich hab natürlich keine Waffe Auch was Da war ein Gegner, Mann Ich glaub den mach ich platt Der Nebel breitet sich aus Ich hab ne Waffe Ich bin tot, Alter Ich hör hier Leute sie schießen so, aber ich Ich sehe grad niemanden Ich bin im Haus Wir müssen nächstes Mal irgendwie mal Oh das ist ein Truss Wir müssen nächstes Mal mal irgendwie zusammen irgendwo landen Was hab ich bekommen? Was ist das? Revolver Revolver Ist ein Revolver besser als äh Die andere Wache die ich hatte? Weiß ich nicht Was ist das? Oh ein Heiltrank Nice Ich hab ihn gekillt Bringt mir das Ich hab keine Ahnung Ich spring weg Wo ist der komische Der kann Schild aufbauen Shit, Mann What is happening in this game? Wo ist ne Risto eigentlich hin? Ist der weggefeedet? Was ist das? Ah hier war ich schon glaub ich Kann ich mich heilen? Ich brauche ein Heiltrank Ha Ach der heilt sich jetzt automatisch Kann ich ihn mehrfach drücken oder was? Oh ich muss ihn rückhalten Achso Oh Nice Ich hab dich gesehen Aber welche von denen bist du? Wo springen wir hin? Ich spring auf diesen grünen ähm Hügel da hin Mit dem siehst Achso ich muss spalt das Ja ich seh dich auf jeden Fall Okay das ist nice Ich versuch da oben rauf Schaff ich vielleicht nicht Aber ich versuch Ich schaff's nicht Oder? Ich hab's geschafft Nein! Nein! Wo ist das Video? Ja okay ich komm runter Was ist das? Was hab ich gemacht? Weiß ich nicht Ja das ist hart Kann ich dich eigentlich töten? Ich glaub man kann jetzt in Waffen gehen Waffen In Häuser gehen und Waffen Waffen dürfen und dann tun Ja hab ich vorhin auch schon gemacht Ich konnte halt eben einfach gar nichts machen Ich will dich auch nur gucken ob ich dich angreifen kann Was ist das? Egal gib her Gib her Gib her Gib her Ist auch Ja Keine Ahnung und jetzt? Oh Hast du Schaden bekommen? Nein Schau mal auf Schau mal auf Die Musik ist auch ein bisschen töten Ich hab alle Kim Jong Jonas wurde getötet Alter Kurz bevor ich gestorben bin Haben die gesagt nur noch 50 Spieler übrig Ich glaub hier ist halt noch kein anderer gelandet außer uns in der Nähe Ja der Hügel war nice War gut da oben? War richtig gut man Ist hochgekommen bei Insta Wind Ja das war nicht gut hier Kann man da nicht durch Du bist auch so rumgegangen Hier war schon Scheiße hier war schon einer Ok wo ist der denn jetzt? Da stell dich mir richtig Wir sind von da gekommen? Ja Da hast du Lüge Ich stell mir das richtig wehnhalt vor wenn es irgendwie nur noch 5 Spieler oder sowas gibt Da muss man sich erstmal finden oder nicht? Das Spielfeld wird ja eingekreist Achso was ist das für eine Attacke? Chandra der Nebel breitet sich bald aus Alter Das war ich Warst du das? Achso Ich weiß nicht was das war Irgendeine Taste gedrückt Hallo? Ich kann nur F drücken Ich kann 3 und F 3 war diese Granate die ich gerade gebrochen hatte Das war bei mir halt in der Truhe drin Ich kann nicht Hier sind bestimmt welche Guck da oben sind Trümmer Ich dachte doch da ist Parlawan da oben links Guck Parlawan Ich bin noch die Reaper Die hat Pfff Ja wir müssen mal Holz klauen Der ist meins alter Ich kann mich eigentlich alles Was bauen Und bei Fortnite kann man auch Wie geht das aber Wir wissen es nicht wie Hier gibt es doch bestimmt was zu klauen Nein ich hab nicht Der geht Alter diese waren ja alle schon Wahrscheinlich wissen die wo sie gucken müssen um was zu holen Und dann Gehen die an ihre guten Orte Irgendwürdig übrig alter Und wir sehen zwei davon Wuhuuu Ja die besten Geil Ich bin schon voll equipped und sowas Und die haben beide eine Waffe Ja wir haben eine Waffe ist das schon mal was Und jetzt? Wie bin ich vorhin gelandet? Echt ja Hier hab ich vorhin angefangen Ja Das Picknick PS4 hat MadMac gedötet Hier war auch schon jemand Hier oben alter ist doch bestimmt ein beliebter Ort Oder hat jemand geschossen? Wett ab Oh hier hat auch aufgeschossen Oh hier liegt was Bestimmt eine schlechte Waffe wenn der liegt Ich bin hier oben drauf Alter Ja Da ist jemand Ich weiß dass da jemand ist Ich so mach was Oh nein ich werde ruhen Oh ich bin tot bei Jabolock MC Oh hier Ich muss da Mo zuschauen alle Alter Was gehts los? Alter Badalins lässt grüßen man Ok ich guck jetzt Regeneriert man hier kein Leben Bei Kriegerstand irgendwie regenerate 5 Hells pro Second Das ist ja geil Was gefunden Soll ich denn hier jetzt noch was finden Wenn noch 32 Leute übrig sind 31 Vorhard hat 008 getötet mit Schrotbünte Und die Tür muss man hier auch finden Kannst du die beiden nicht mal eben easy fällig machen? Irgendwie sehen wo der Nebel ist alter Du hast so Köche auf den Rücken Hast du einen Bogen? Da oben recht Ich hab keinen Bogen keine Ahnung So Boah die Pfeile hab ich halt Wenn ich sah am Baum stumm war es Nein Jagen die mich gar nicht alter Bin ich dem nicht wichtig? Waren das überhaupt 2 oder war das nur einer? Ne das waren glaube ich 2 Also der eine war so ein Ingenieur oder so Der hat irgendwas aufgestellt So Barrick mäßig Werd er grad auf dich geschossen? Ich hab auf jeden Fall was gehört Da Da war irgendjemand Irgendwann in deiner Nähe Oh er hat Shit bekommen Was ist das? Alter das ist ein Schwert? Alter nimm das Mach dich alle fertig Ich weiß nicht wie alter Ich drück die ganze Zeit eh Achso nimm Ja jetzt mach dich fertig alter Hä? Bist du sehr getan? Was ist das? Jetzt hab ich meine dritte Fähigkeit erhalten alter Zaaack Du hast irgendwas gemacht Mann ich wünschte ich hätte Leben alter Oh das war ein Hals Das ist Bomb King alter? Ich hab ja auch gedacht die Bomben von Bomb King Wo? Da hat ja da hinten liegen Sachen Ja aber die sind alle so komisch Durchgestrichen Kann ich nicht mehr sehen 20 Spieler Mann und Ereso Aber du bist gleich One Shot Irgendwas egal wer dich eingreift Du bist tot Er muss doch irgendwie Leben bekommen können oder? Das ist ja dumm Ich weiß nicht wie das bei den anderen Spielen ist Also Bei Battlegrounds und bei Fortnite Oha Junge Was ist das ein Kaffee Nee roter Knopf Ach roter Knopf alter was bringt der Drück ihn Widerungsmine Mann Knopf Das ist wieder so ein roter Knopf Zaaack 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 Was bedeutet dieses I oder dieses Personenzeichen haben in 18 Das sind noch 18 Leute Wo soll die Leben? Wahrscheinlich ne? Krass Der Rest macht sich alle fertig Mann Wo ist dein Pferd wo die das fährt? Weil die mach ich fertig Ich hab keine Ahnung wie das geht man Das ist auch nicht Wahrscheinlich ist es richtig unnötig dass ich die ganze Zeit zum Fuß rumlaufe Oben so richtig mit so ne Anzeige alter so Äh Alter Wie? Z Ich hab einfach hier ne Taste einmal gedrückt Nice alter Vor allem steht das da rechts Etapp I, Z und X Oh ja ja stimmt Ich hab nicht gern geguckt Was ist X? Paladins Statt Paladins Ist rot blöd Jetzt komm ich wieder gleich so Mr. Mo hat alle getötet Hier hast du gewesen oder was? Ja genau hier ist diese Diese Vogelsteiche die ich mal hinköre Hier hab ich auch jemanden getötet alter Ich hab jemanden weggesnackt Uhhh Was ist das? Anke Volver Ich glaub ich nehm das Schwert weg man Was? 600 Schaden 1,3 Schüsse pro Sekunde Seltene Waffe Schwer Revolver Höhnliche Waffe Dann geht das nicht Ja das ist besser man Ja das ist besser man Einfach gleich an jedem einen an sneaken Weitere Dr. Blessings Allheimmittel Jetzt ist er voll gequipped man Jetzt macht ihr sie alle fertig Kein Helmut noch keine Schuhe So jetzt ja Da 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 Hachiman alter ist eigentlich absteigen am stärken sowie der halb so schlecht weiß auch nicht wo dieser scheiß nebel ist vielleicht da gerade hin und sterbe kann die karte bestimmt irgendwie ganz interpretieren aber kannst du nicht weiter reiten alle tasten um zu sehen wo die karte ist ich glaube das höre nur ich ne kannst du machen das ist der nebel da scheiße oh ja das wird rot auf der karte anstatt dass sich mit irgendwelchen spielern klappt was ist das auf der karte ist das so ein schmiede ding ja so ein ambos kann man da machen genau anboss war das wollen wir denken und es gibt ja andere die nur noch alleine rumlaufen ja du hast nur 20 schüsse aber unendlich viele schwert stöße ja gucken was man da machen kann alter da oben und für weit und auch du in es auch in wir Ich hab verriert. Ich will dich nicht, wie geil das anfangen. Ja, die Rüstung, ne? Zehn Spieler übrigens, die Reste. Du schlägst hier richtig gut. Da hast du deine Schuhe. Na, du brauchst leider richtig geil. Das ist ja der Shit. Wut dumm. Scheiße, da hab ich nur noch 5 Schwestern. Automatik, hier wär's ne seltene Waffe, das will ich wiederhaben. Wie soll man denn die anderen Spieler jetzt finden? Muss man da wie so'n Irrer durch die Welt? Alter, da ist ne große Truhe auf der Karte. Ach so. Da sind bestimmt keine anderen Spieler. Da bist du wahrscheinlich richtig geil. Guck mal, da ist auch so'n Lichtstrahl im Himmel. Voll unauffällig, Alter. Das wird außer dir niemanden sehen, vor mir. Oh dir die Mann. Einfach direkt drauf zu. Ich bin der Erste, das ist ja unglaublich. Alter. Mach doch was. Nimm dir die. Das sieht aus wie von dieser einen aus Paladin. Die ich da gespielt hab. Noch 6. Das ist doch ein Witz. Eins soll das Ding unter den letzten. Wenn du das gewinnst, ne. Das wär'n richtig geil. Ich weiß eins. Ich weiß eins. Okay. Wieder ins roter Knopf. Alter, das hab' ich alles. Mach die Aufklärungsmine denn, wenn ich die hier hin tue. Ich kärt' die auf. Kärt' die mich jetzt auf? Ja. Das sieht man ja auch nicht, ne. Shit. Ja. Da war die Drohle. Allerdings muss ich die echt mal sehen, weil das Spielfeld sieht echt nicht mehr groß aus. Ja. Das ist alles hier! Wo sind die denn? Keine Ahnung, Mann. Was ist das? Ein Turm? Kann der was? Von mir ist du grad nicht gelaufen und es leidet. Ich hab so ne Rolle gemacht. Due Beryl-Roll. Das muss wieder so ein Armbots. Was kannst du hier machen? Ich kann gar nichts machen. Kann nicht sehen, was bei dir offen war oder so. Ich kann nicht sehen, was bei dir offen war oder so. Was ist das? Sechs Spieler sind noch da. Alle wieder Truhen. Junge, ich hab 800 Risse. Leuchttrakete. Da kann die Aufkickungsmine für weg, Alter. Ich mach eine Leuchttrakete und lock die hierher. Ja, ist echt so. Mach mal auf, jetzt. Hier bin ich. Euer Tod wartet. Die Wahrheit noch niemand oder was ist das? Kriegen ihre Fels und Panik. Oder die Dinger werden wieder gefüllt nach ner Zeit. Ja, wo chillen die ihr Leben? Ich glaub, was du jetzt gerade auf 3 hast, das war das, was ich vorhin auch hatte. Ich verstehe nicht, was da los ist. Was gemacht. Jetzt sind wir noch sechs Spieler. Er ist nice, Alter. Ja. Was war das für ein Horn? Der Nebel sich ausbreitet. Bei Paladins, Alter. In diesem Modus, der auch schon wieder weg ist. Ja. Ich mochte den eigentlich, den Modus. Warum haben die den weggemacht? Hallo, Kühnpack. Ich warte jetzt einfach hier. Ich muss sobald mal jemand kommen. Jetzt noch ein paar mal dieses Ding zünden müssen. Läuft weg. Kannst du im Chat schreiben, irgendwie? Komm, at my position. Junge. Jetzt mach sie los. Meine Rüstung ist schon weg, Alter. Du hast doch noch so'n Rüstungstrank. Nein! Nereso! Oh, nein. Der hat mich auch gekillt. Der hat auch die... Dein Team hat Platz 4 erreicht. Kein Problem, Alter. Oh, nee. Du hast... Du hast... Null Eliminierungen erzielt. Müssen wir jetzt zurück zur Doppeljahne. Trink, 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 trink. Oh, ohne paar Wände sind für du, Sau. Da hat sich einer hingehackt. Wie hat der das gemacht? Lol, auf Tab macht man die Karte auf. Oh. Ödland. Immerfrost. Zuflucht. Lass mal... Lass mal zur Dreieinigkeits-an-Höhe. Oh, Leute. Da kommen wir vielleicht sogar hin. Mit dem Ding. Dreieinigkeits-an-Höhe. Ich sag, wenn du springst. Ich spring doch nicht. Jetzt. Vielleicht war das dumm. Aber ich hab wieder einfach auf so'n Hügel geachtet. Auf... Wo fliegst du denn jetzt hin? Hügel da. Kannst du mich sehen? Wahrscheinlich nicht. Den großen grünen? Ja. Ich kann doch nicht lassen! Lass! Ich auch nicht. Ich rutsch den Hügel grad runter. Schau! Nein! Auf welcher Seite bist du denn gelandet? Richtung... ... ... ... ... ... ... Ich rutsche übrigens immer noch. Seh dich auf der Minikarte. Du bist der grüne Pfeil. Ich würde gar nicht aufhören zu rutschen. Ja, ich bin da, Mann. Wo bist du? Kämpf hier schon, Alter. Kämpf hier schon, Alter. Da hinten ist noch so wieder so'n Luftschiff. Junge. Ich bin vielleicht gar nicht so schlau hier hin zu gehen. Hier gibt's Wasser. Bambus. Seh dich nicht mehr auf der Minimap. Scheiße. Das sind Sachen. Gib mir die... Ja, ich hab ein Schwert. Heiltrank. Ich kann einen Eevee fliegen. Echt? Ja. Du bist als Willner, dass ich wieder nicht weiß, wo du bist. Kann ich dich auf der Minikarte sehen? Du bist, glaub ich, der gelbe Pfeil. Kann das sein? Bist du bei grün gefällde? Ja. Ja. Nee. Nicht? Ich weiß es nicht. Drück mal auf Tab. Du bei Drei-Einigkeits-Anhöhe da unten? Ja. Komm ich jetzt zu dir, weil ich hab grad keinen Bock auf die Leute hier. Versuch den hier. Du bist der gelbe Pfeil bei mir. Gelbes Team. Ich versuch irgendwie zu dir zu kommen, aber ich muss um so einen Berg rum. Ja, Mann. Du hast jemanden gekillt. Nein! Ich räche dich, Mann. Wo ungefähr warst du? Weiß ich nicht. Ich hab dir keine Sorgen, Mann. Auf direkten Weg will ich niemanden attackieren. Wuuu. Einfach nur hochgesprungen. Nicht vorwärts, einfach nach oben. Das ist Krieger. Nein, das ist ja. Du musst es besser machen als ich, ne? Denk dran, ich hab uns Platz 4 gebracht. Ja. Ich bringe uns Platz. Und jetzt hab ich uns noch nen Kill gebracht. Also überleg doch mal. Ich war es ja nicht. Okay, er war einfach so Skyrim-Style, Mann. Da sieht aus, als könnte es da was geben. Vielleicht einen Loni. Vielleicht einen Loni? Ja, einen Loni. Ja, hier war ich. Okay, nice. Ja, da will jemand sterben. Ich merke das. Ja. 10 hier einfach. Wie langweilig ist das denn? Und wo genau? Kann ich hier raus? Ey, geil. Ich hab nur nen Schwer, ich kann da gar nichts machen. Hä? Wer versucht auf mich zu schießen? Wo denn? Der Fox, der 10. Ach, das ist sogar die gleiche Stimme wie bei Paladin. Ach, das war mein Schatten, Alter. Das hast du grad schon. Oh, ne Truhe. Ja, hier, nice. Jetzt hab ich auch mal ne anständige Waffe. Und die sind gewöhnliches Schwer. Wuhuu. Oh, jetzt ist noch ne Truhe oben drin. Die ist geöffnet. Die hat zumindest verschlossen aus. Junge, Prost du Shark. Wurde von irgendetwas getötet. Da geschlossen aus. Nehmt mich auch Legolas mit dem Elbe in Auge. Da hinten ist einer! Oh! Welches da hinten? Beim Baum da oben. Beim Haus oben auf dem Hügel. Da oben? Ja, da oben. Oh Mann, bin ich weit mir geflogen. Den gesehen? Nein. Da ist noch ein Hügel. Nein, den fällt dir. Uuh, Alter, uuh. Nein. Fällt bestimmt gar nicht auf, wenn der so ein Mager durch die Luft slidet. Der hat dich bestimmt auch schon gesehen. Was ist das? Ey. Wo ist der? Da. Das ist dein Ernst? Warte, ich hab dir nur Kühne gesehen. Okay, Alter. Ich hab ne Granate. Oh Junge. Alter, was ist das? Uuh. Von dem ist es, Alter. Da, 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 da. Nein, da sind zwei. Ey, Altoni, Alter. Da kann ich auch nichts machen, meins. Der hat die Waffe vor mir. Die ist mit dem Gift. Oh, nice. Ist mir also getötet quasi. Platz 21. Geil. Noch mal, Alter. Kann ich mich töten? Du hast alles von Raditz? Ja. Genau. I will destroy you in an instant. Me. Defeated. How? Das wär nice gewesen, wenn ich das hingekriegt hätte. Vielleicht hätte ich halt einmal wieder Ase reinmachen können. Eeeh. Eeeh. In einer random Stelle dann im nächsten Part auch. Ich lau einfach durch so'n Wald. Eeeh. 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 Guck dir Quintner, wo uns einen Part auch ein Toho draaussuchen musste. Wie musst du... Hast du dann einen neuen gemacht, wenn du einen hattest? Ja. Guck mal, da ist Oliver King. Random IT-Guy. Da ist Quintner. Ist da nö? Kannst du jetzt Lonnie auch wieder, Mann? Ich weiß nicht, wie Lonnie ist. Welche lautes Matcher noch? Luke Zocker. Wenn du T drückst, dann sprichst du übrigens mit Voice Chat an. Oh. Mach mal. Eeeh. Keine Ahnung, ob die anderen das auch können oder nur du. Ich glaub, hier in dem Vorbereitungsraum müssten das alle hören. Du suchst aus, wo wir abspringen. Ach so. Okay, mal gucken. Komm, mach mal den Tag auf. Das ist bei Querung, Alter. Wegen dem Coup. Bei Unterquerung? Ach so, da gibt's nur zwei. Ja okay, bei Querung. Mmmh. Das kommen wir nie an, Alter. Jetzt. Versuchen wir's mal. Wo bist du da? Ich bin grad Richtung Querung. Da ist in der Mitte so ein Haus, so ein bräunliches. Noes. Ja, ich seh dich. Aber ich komm nicht hinterher. Aber ich bin ganz in deiner Nähe. Ja, wir sind ganz nah beieinander. Ja, hier ist direkt die Truhe. Ist du im Haus drinne? Ich bin raufgeflogen, ja. Ich mach jetzt wohl... Pulsgewehr und ein Ansturm. Hier ist ne Schmiede. Ich will mal die benutzen. Oh, ich dachte, du besten Gegner. Hä? Ich kann da gar nichts für kaufen. Willst du auch ne Heiltrank? Fuck! Ich muss da nur gegenlaufen und der nimmt den. Ach so. Ja, ist egal. Da ist ein Thron. Ja, Mann. Der Eevee. Das ist bestimmt ein Magier dann, ne? Das würde Sinn machen. Das war's jetzt grad du, ne? Ja. Oh, ich erschrecke mich immer voll. Du für Krieger, Alter. Du musst das nehmen. Kannst du das nicht nehmen? Nein. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Alter, hier sind zwei, ne Restor. Auch hier. Hm. Du bist ein Huhn. Nein, hier bist du ein Huhn. Hallo... Nein. Das ist ein Fass. Satz 32 Hallo Marvin Habe einfach mal Hallo ok? Ok Hallo Come fuck you Germany Hä wo steht das? Ist ja witzig wenn das jetzt kommt würde Fuck the Germans lol Can't even play football Ey Sokka Was ich jetzt wieder? Du bist wieder dran alter Ja kommen wir gehen zum Ödland Komm wir gehen in die Knarrenstadt Was ist das? Beim Ödland links ist so ein Amboss Knarrenstadt Wenn wir da hinkommen dann wiegt der gar nicht lang Ja man Abspringen jetzt Ab in die Knarrenstadt Dann quitt Versuch da irgendwie hinzukommen Hm naja Ich glaub eigentlich wär das voll schlau wenn man echt irgendwie an so nem Gebäude oder so was landet Und wo du uns hier hingebracht hast Hm Ja Wir sind trugen Ja direkt auf der weißen Linie Reiten ist zu draußen Was war das? Also Ich glaub das heißt echt dass der Nebel hier los geht ne Nein Lion the Beast Zaaack 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 必itat B savoir Ich war mit sich dein Pferd so komisch an Da hat sich ganz komisch an wie das galoppiert Wie was war's? O Gotta Was ist meine AppFähigkeit? Eines rum gefällst né aber keine ahnung was das bringt was ich da eingesammelt habe soll ich einfach mal drücken auch scheiße wir gehen ja wieder hin zum rand wenn ich vier drücke das ist geil mäßig oh nein nicht xd kapowski vom csgo empire hat xd getötet und ich krieg your mom is gay ich würde in der wüste gehen nicht so viele leute hin zum anfang wenn überhaupt wir machen das glaube ich oft wo auch ein hellcase.com da ist jemand der ist da ja mann oh das geht richtig schnell mann jetzt hätten ist der müll zuzuschauen fuck nein arschgesicht was lol ok ähm wo wollen wir jetzt gleich landen ja ich meine der knarrenstadt eigentlich gar nicht so doof oder goblinschlucht oder nordhafen ist der kreis jedes mal anders ja ich glaube wenn wir so waldsenke landen würden deswegen glaube ich richtig billig spieler also wollen wir knarrenstadt ach können wir gar nicht wollen wir ins tal alter sag einfach wenn du abfliegst abflieg oder ja und spring ok ich versuche da hinten ja mann ich sehe dich wo ist der müll hier kommt genau mann ich habe schon wieder versucht zu landen aber das hat nicht funktioniert ähm kannst du öffnen? was ist das? oh shit was passiert? hier sind voll viele mann an jetzt krieg noch rökehler mit denen will ich ja ganz vergessen LOL hier sind zwei hühner da wirst du machen was ok nice Nice ich kann wirklich aufreken Kannst du mit den Sachen was anfangen? Kann ich halt nicht auf dem... Das hier ist halt ne Schrotziger Wimper Das war aber Abstauben vom Feinsten, Mann! Ja, ich treff halt nicht Ich mein, haben wir die nicht als Hühner gefunden? Nein, ich hab die abgeschossen Achso Wo denn? Nicht so, hier ist einer Hm Okay Ja, okay Das wird schwierig da noch rauszu- Ja, Mann! Chicken Mode activated! Wie? Da oben? Keine Ahnung, oder? Die sind Gaming 55 Die sind Gaming-Safe Oh, wie ernsthaft? Wo die abspringt? Alter, der Kreis ist ja richtig komisch diesmal Ich bin im Wasser, ja Ich warte raus, dass jemand abspringt Da hinten leuchtet was Sind das unsere? Ne, das sind auch nicht unsere Da hinten leuchtet sowas, siehst du das? Nö Alter, das Abspringen, Mann! Ich geh da hin Ich glaube, das leuchtet Jetzt seh ich das auch Ich weiß nicht, was es ist, aber ich wüsste Hier ist alles rotes Lyrium, Mann! Echt aus wie rotes Lyrium Hä, hier ist er gar nicht Genau, zu der Markierung hin! Ja Wo ist das da oben? Geh da nicht hin, Mann! Da ist unser Team auch nicht Da hat er hier abgeschossen Ja, nice! Geil! Tot Haha Du hast gar nichts gemacht! Ich hab die Vorarbeit geleistet! Sorry, mach was! Da ist hier ne Truhe, aber ich glaube da jetzt hinzugehen wäre Selbstmord Da oben ist mein Team-Mate, da geh ich hin! Da ist ja ne Markierung Cool Warum töten die sich nicht? Ah! Da! Gut! Hä, aber unserer steht hier auch nur rum! Der hat ja DC oder so Oder Marvel hat er vielleicht LOL Was ist das? Das ist ja witzig, weil die beiden Franchises Franchises Das ist das Witzige an der Sache Was mach ich jetzt? Dann gewinn Der, der, der redet nicht mit mir Er ist richtig typisch schon wieder Punkt, Punkt, hat die Leute da Sherry getötet Merchan Erdogan Merchan Erdogan Skullcrusher Der hat ja, der, der macht ja bewegt Dead Boy, Dead Boy, Fuck Boy Pablo in Mio Escobar Jungen Erdogan überlauch Ja, Mann Hey, ich hab 50 von diesen Dingern für die Schmiede Ich auch Ah ne, ich guck dir zu, deswegen Oh scheiße Hallo mein Freund Ja, heute schon ist es ausgeräumt Nichts für den Resto gelassen oder Oder? 40 Spieler und ihr seid zwei davon Drei, Alter Oh mein Gott, der Kreis ist ja hier The Kreis is here Kommen du nice Du wolltest sich äh, Tusker erst nennen Was? Pinker Shin Du hast nicht gewusst, wie das war Nadelkissen Oder was? Da wusste ich, aber ich wollte dir den Namen nicht schreiben, weil ich nie wusste, ob das passt Achso Ist ja nice gewesen Aber ich weiß, also ich wusste echt nicht, wie man da schreibt, ich hab's da gegoogelt und das war echt kompliziert, Mann Ich hör was Der Resto ist nächsten Kill Ich hab' geholfen, okay Totum Das war richtig schlau, das Tier zu machen Scheiße Oh, jetzt können wir ihm zugucken Lass dem anderen zugucken, Mann Oh, er macht ja, ne Andere steht da halt einfach noch Er wird halt einfach vom Nebel dann gekillt Der verbehindert immer einfach so, sich auf gerade hinstellt Hat mir nen Kill gesichert, ne Oh, was ist das gemacht? Das ist so nice die Melodie Toll, und jetzt? Können wir hier raus, Mann? Wieder melden Christian Uhalde Christian Uhalde Da ist wieder XD Okay Dann einfach deren Steam-Namen, oder nicht? Ja Ja Mh Wollen wir mal wieder die Querung machen? Ne, lass jetzt mal Hinterquerung Ja, okay Und go Ja, Mann Zu dem Amboss, oder was? Ja Kommen wir da ganz hin? Ja 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 Wo ist der denn hier oben? Keine Ahnung Wo seid ihr denn hier? Hallo Oh nein Oh, hier ist ne Höhle Bist du oben auf dem Berg? Ja, ich werd abgeballert von so nem Magger Ach, du hängst noch fest wahrscheinlich Ja Jibo Hallo Gato Willst du da sein Katze? Gizzi Hätte ich nicht gehört Ich versuch irgendwie zu dir hinzukommen, aber keine Ahnung Ich geh mal da in den Hausen Ich such mir mal was Schönes Yay Hm, da komm ich da nicht rein, oder? Nein, ich springe schon Oder so, ähnlich Ah Ah Wir waren zwei, ich hau ab Nein, diese Truhen sind schon leer Oh nein, da schießt die Nein! Kaninchen Ja, Daniel, du lebst ja noch Das ist aber richtig knapp, Alter Jetzt bin ich tot Eine beschissene Idee Aber jetzt Ja, da kam einer mit dem Schwert an Der hat mir einfach eine mitgegeben und ich war tot Junge, das ist der gleiche wie bei mir Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Jemand hat eine Armbrust genommen, der neben mir stand und hat mich dann einfach gekillt und ich hatte nix. Hm, wo sind die? Potum, dumm. Irgendwo sind hier guys. Ich staub ab, alter! Ich staub ab! Ich staub ab! Treff nix. War echt nice, alter. Dungel! Ich steb durchs Feuer! Ach, er hat das auch gemacht, oder? Ja! Er macht einfach wo dumm! Nein! Nein! I need your help! Bei Horus! Der schwarze Flammen in Rache Level 8! Ja! Creative Truck User! Oh, ich bin dran, ne? Ja, Mann! Der schwarze Flammen in Rache Level 8! Ich zieh nur, wie dein Pfeil sich da so dreht! Ach, das ist wieder das hier! Ja! Ist da was drin in der Hood? Ja! Ein Schwert! Naja, okay! Better than nothing! Wie nie willst du immer sagen! Das heißt nichts! Sag ich irgendwie immer, ne? Ja, ständig eigentlich! Ist wieder eine Truhe! Ich hab ne epische Waffe gefunden! Was heißt epische Recabe ist das? Lila? Ja! Fane's Row, Alter! Wieder ein Schwert! Wieder Schuhe! Barrikade! Und der Napp da hinten! Der Napp? Ja, du! Ja! Tränke! Mhm! Meine Freundin nimmt mich Napp! Da hinten! Ich bin... Haha! Was machst du da unten? Hallo, die beams endgit now. Hey Maritz, Centro! Haha, nein! Ein Impulsgewehr, eigentlich. Warte, Ponylord 94! Nö, okay. Du musst... Nathan hat Q... ...on-on-fuse. Pari-hook. Virus. Warst du hier? Nein. Weiß ich nicht, vielleicht. Warte, Maritz! Praktikum, Praktika! Wollen wir zum Quer hingehen, Alter. Meinst du, die Pferde haben hier so eine Skyrim-Physik, dass sie... Ja, ne? Wie war's? Hmhm. Da brennt was. Warum brennt das? Das ist ja Schornstein. Unsere Gegner. Ich höre schon, wie es sind die. Auch, ja. Counter runter! Sind das zwei Tote! Ich höre andere Pferde. Da! Ressort! Da! Ressort! Ist ja Mühe! Scheiß Spiel! Bist du tot? Ganz? Ja. Geht noch. Ein kurzer. Guck ich an. Da! Ja! Tchiiiihihi! Hehehe. Oh shit, boy. Tchiiihihi. Bist du tot!